Silvia Mais, innig. Foto beweist ihr Verhältnis zu Damians Freundin. Wenn es um die Liebe geht, scheint Moderatorin Silvia Mais, 44, einfach kein Glück zu haben. Anfang März hat die Moderatorin die Trennung von ihrem Mann Niklas Castello, 44. Bekanntgegeben schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben. Uns zu trennen, gab das Paar in einem gemeinsamen Statement ab. Einer, der immer an ihrer Seite bleibt, ist Sohn Damian. Und da es den 16-Jährigen seit über einem Jahr nur noch im Doppelpack mit seiner Freundin Viktoria gibt, hat Silvia kurzerhand zwei Schultern zum Anlehnen. Wie vertraut die Moderatorin und ihre Schwiegertochter in Spee inzwischen miteinander sind, beweist ein Beitrag auf Instagram. Wiedmai Kittos, schreibt die 44-Jährige zu zwei Fotos, die sie mit den beiden Teenagern ablichtet. Vor allem die zweite Aufnahme dürfte Fans begeistern, denn Silvia und Viktoria zeigen sich innig wie nie. Das sorgt bei einigen Josa, innen für fragende Gesichter. Hat sie jetzt auch ne Tochter? Will eine Followerin wissen. Doch das Missverständnis wird schnell aus dem Weg geräumt. Nein, das ist die Freundin von Damian, reagiert ein Fan-Prompt. Haben Sie die Pro-Minus verpasst? Hier finden Sie die Pro-Minus der vergangenen Woche. Verwendete Quelle, Instagram.com Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.